Das Preisgeld ist ja für dich und die Kinder. Wie oft sollen wir das noch durchgehen, Mileva? Warte mal, warte mal! One moment, please. Elsa, hast du Kleingeld bei dir? Nein. Lacht die Frau eigentlich irgendwann mal wieder? Ach, die ist jetzt glücklich. Hoffe ich. I think in the future, this values much more than a standard tip. Ah, Mileva. Musik ... ... Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020